Deswegen gehe ich quasi mit genau der gleichen Elf, kann es mir so ein bisschen schönreden mit Never Change a Winning Team. Und ein Moinzen zum Vorbericht zum Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag 15.30 Uhr. Fast schon Top-Spiel in der Bundesliga, muss man ja fast schon sagen. Die Frankfurter spielen eine sehr, sehr starke Saison, ja, ein bisschen durchwachsener Start, aber mittlerweile sind sie sehr, sehr stark dabei. Aktuell auf dem Champions League Platz, das heißt auf jeden Fall auf europäischem Kurs. Und ja, letzte Zeit, Sieg gegen die Bayern zu Hause eingefahren, danach gut, jetzt mal die Niederlage in Bremen, aber trotzdem sind sie auf einem sehr, sehr guten Kurs. Gerade wieder so leicht bis in Unruhe drin, hatten wir gestern auch im Video, sehr, sehr gerne abchecken mit dem Herrn Bobic halt, der die Frankfurter spätestens im Sommer verlassen wird. Aber vor allem eben in der Offensive sind die Frankfurter extrem, extrem stark. Wenn man sieht, du hast Kostic, Ex-VfBler, Kamada, Younes, Barkok, du hast Silva vorne drin, Platz 2 der Torjägerliste bisher mit 19 Buten und dann auch noch ein ausgeliehener Jovic. Wahnsinn, extrem, extrem heimstark, vierter Platz in der Heimtabelle und die zweitbeste Rückrundenmannschaft bisher. Fast alles gewonnen in der Rückrunde, eben bis aufs Bremen-Spiel, 15 Punkte aus sechs Spielen. Extrem, extrem stark. Deswegen, trotz dieser letzten Niederlage gegen Bremen, gehen wir außen vor eine Top-Mannschaft in der Bundesliga. Ganz einfach, nächste Spiele sind wir, aber ich nehme ja noch quasi die richtigen nächsten drei Spiele nach unserem Spiel raus, weil da geht es für die wirklich um alles, also um alles in Richtung Champions League vor allem. Weil dann kommt Leipzig auswärts, Union zu Hause und Dortmund auswärts. Die haben wirklich jetzt auch härtere Kaliber am Start. Und dann gehen wir gleich mal zu unseren letzten direkten Duellen in Frankfurt, die in näherer Vergangenheit nicht so besonders toll aussahen. Aber generell hat man eigentlich als VfB-Fan, außer ich bin da völlig alleine, aber hat man als VfB-Fan eigentlich immer ein recht gutes Gefühl, wenn es heißt, du spielst auswärts in Frankfurt. Das waren meistens akzeptable Spiele mindestens. Aber wie gesagt, letzte zwei Spiele 3-0 verloren in der Abstiegssaison und davor 2-1 verloren. Aber wenn man da schaut, weil sich das natürlich auch so ein bisschen entwickelt hat, Frankfurt ist jetzt eher der Favorit als wir in der Liga. Letztens ist es eher abgeräumt als wir, also 100%. Davor war es halt noch ein bisschen anders, aber vor diesen zwei Liederlagen hatten wir in elf Spielen in Frankfurt am Stück nur einmal verloren. Also generell ist Frankfurt zumindest mal kein ganz schlechtes Terrain für uns. Hinspiel war ja ein 2-2, das war das typische Bild, was wir auch aktuell haben. Erste Halbzeit VfB und dann zweite Halbzeit Frankfurt hat uns den Schneid abgekauft, so wie es gerade auch so ein bisschen aussieht. War auch die Phase vom Beigenklub so ein bisschen die Phase der vielen Unschieden damals. Tabellensituation hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber wir gehen da mal ein bisschen ins Detail. Die Frankfurter 4. Platz, aktuell 42 Punkte aus 23 Spielen geholt, elf Siege, ne Unschieden und drei Niederlagen bisher. Haben auch zu Hause bisher noch kein einziges Spiel verloren. Dann VfB, wir sind Zehnter, 32 Punkte aus 23 Spielen, acht Siege, gleich viele Unschieden und sieben Niederlagen. Also ein Ticken ausgeglichener und uns trennen genau zehn Punkte. Bei Frankfurt, ja, da klopft Dortmund so ein bisschen von ihnen an. Also die sollten schon weiter, weiterhin punkten, wenn sie wirklich in den Champions League kommen wollen. Weil Dortmund klopft so ein bisschen an von hinten, sind drei Punkte hinter ihnen. Und wir sind tatsächlich, habe ich auch mal rausgerechnet, näher dran an Europa als am Abstieg. Das wissen wir ja bereits. Zwei Punkte auf Platz sieben, den Union gerade belegt. Der meine ich auch schon für die Conference League oder whatever da irgendwie qualifiziert. Oder für Qualifikationsrunden qualifiziert quasi. Und dann fünf Punkte auf Platz sechs, wo gerade Leverkusen sitzt. Und halt, ne, auf Abstieg, was für uns auch immer noch wichtig ist zu gucken. Platz 15, Platz 16, Hertha und Bielefeld nehmen die aktuell ein, die beiden Plätze. Da haben wir 14 Punkte Abstand. Und das auch alles ohne meine Rechnereien, diesen einen Punkt mehr quasi, da wir ein gutes Torverhältnis haben. Nächste Spiele für uns heißen Frankfurt auswärts, klar. Und dann eben auch, es wird deutlich schwieriger als einfacher. Die letzten Spiele waren schon eher Klubs aus unteren Regionen. So, Frankfurt auswärts schon mal ein ordentlicher, ordentlicher Happen. Hoffenheim kommt dann auch nicht ganz einfach. Dann die Bayern auswärts, Bremen zu Hause. Dann kommt auch Dortmund und so weiter. Also bei uns wird es auch eher schwieriger als einfacher, ähnlich wie bei den Frankfurtern. Mal gucken, was da bei uns beiden noch so gehen kann in der Saison. Kommen wir zum Startelf-Tipp. Ja, der wird recht ähnlich bleiben wie auch schon gegen Schalke. Können wir kurz auf die Verletzten eingehen bei uns, weil die ja alle so, ja, mal mehr, mal weniger, aber alle wieder so ein bisschen auf dem Weg zurück sind. Das wären Mola, Eklov, Gonzalez, Tommi und Kulinov. Ja, so ein paar Fragezeichen in der Startelf, die man vielleicht ändern könnte. Wäre es zum Beispiel Silas, weil es ja hieß, der kriegt vielleicht mal eine Pause. Kannst mir fast noch nicht vorstellen, dass er jetzt schon eine bekommt. Dafür ist er einfach zu wichtig, denke ich. Förster und Castro, auch die Frage, nimmt man die mal raus? Weil die wurden ja auch schon recht früh ausgewechselt im Schalke-Spiel. Aber ich tippe mal ehrlich, dass es da eher eine Pausemaßnahme war quasi für die beiden. Und kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass dann die Davi, einen Klement oder gar einen Klimovic, der jetzt gegen Schalke auch komplett auf der Bank saß über 90 Minuten, dass die reinrücken. Vor allem gegen das etwas physischere Team wie Frankfurt. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er vor allem einen Förster rauslässt. Und Castro ist ja auch immens wichtig. Deswegen gehe ich quasi mit genau der gleichen Elf. Kannst mir so ein bisschen schönreden mit Never Change a Winning Team. PK läuft gerade noch so ein bisschen, aber da kam bisher auch noch nichts großartig raus. Falls da noch was kommt, reiche ich das noch nach vielleicht in den Kommentaren oder so weiter. Aber sonst bleibt das genau die gleiche Aufstellung wie auch schon gegen Schalke. Und zum Schluss natürlich die Prognose. Ihr dürft auch wieder gerne abstimmen im Community-Tab. Und natürlich eure bisschen ausführlichere Prognose hier in den Kommentaren unter den Community-Posts. Später auch immer sehr geil zu sehen. Wie da quasi von Woche zu Woche immer mehr Leute auch wirklich abstimmen. Ob es Man of the Match ist, ob es Prognose ist. Sehr, sehr schön zu sehen. Und Frankfurt, ja, das wird glaube ich wirklich ein enges Spiel, aber ein wirklich gutes Spiel. Also Frankfurt-Schulgert waren meistens, oder auch andersrum, Schulgert-Frankfurt waren meistens recht attraktive Spiele. Deswegen habe ich da sehr, sehr Bock drauf. Wie gesagt, auch quasi ein Top-Duell, weil du spielst gegen einen Top-Klub. Und wir sind ja auch nicht unbedingt komplett schlecht drauf, sage ich mal so. Und vielleicht gerade eben wegen diesem Top-Klub-Ding, weil die Frankfurter vielleicht so ein bisschen das Spiel auch selber in die Hand nehmen werden. Vor allem über die Offensive. Ordentlich gehörig Druck machen können. Die müssen wir natürlich erstmal standhalten. Nummer 1. Aber es kann natürlich sein, dass uns das ganz gut liegt. Man sieht, gegen die Bayern lief es gut, gegen Dortmund lief es gut. Gladbach, Leipzig, auch das Leverkusen-Spiel war in Ordnung. Vor allem das Hinspiel war in Ordnung. Du tust dich gegen die Top-Klubs da oben eigentlich meistens recht gut, weil du eben vielleicht nicht unbedingt das Spiel machen musst. Und über dein Tempo kommen kannst. Und eben einfach die paar Nahelbstiche setzen kannst. Und dann auch den Frankfurtern wehtun kannst, wie es zum Beispiel auch Bremen getan hat. Deswegen, wie gestern im Video, sehr gerne nochmal anschauen natürlich, tippe ich auf ein 2-2. Wie auch im Hinspiel, beide Mannschaften geben es einfach von der Offensive her. Und ich denke, in Frankfurt mit einer angemessenen Leistung kannst du da einen Punkt holen. Zu gewinnen wird recht schwer, aber einen Punkt kannst du da holen. Und dazu sind wir auch diese Saison bisher auswärts stark. Deswegen, ich rechne uns da doch schon Chancen ein, dass wir da vielleicht einen Punkt mitnehmen. Wenn wir es nicht tun in Frankfurt, wäre es auch keine Schande. Aber mit dem Tipp gehe ich. Lasst mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und dann bedanke ich mich bei euch.